Und wir bleiben beim Thema Migration, denn die Zustimmung der Deutschen zum Recht auf Asyl geht laut einer Umfrage deutlich zurück. Laut einer Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach halten nur noch 39 Prozent der Bevölkerung das Asylrecht in seiner aktuellen Form für richtig. Es ergab eine Umfrage für die Frankfurter Allgemeine. 49 Prozent wollen eine Einschränkung. 2017 waren noch über die Hälfte der Befragten für das Recht auf Asyl eingetreten. Die hohen Flüchtlingszahlen lassen den Angaben zufolge in der Bevölkerung die Skepsis wachsen. Ob die Zuwanderung im Interesse Deutschlands gesteuert wird.